Hallo, es geht weiter mit Bioshock Infinite. Was geht denn? So, Elisabeth wartet schon auf uns. Eine sehr ungeduldige Frau. Nein, Quatsch. Mehr Geld! Elisabeth trifft mir immer ein paar Groschen zu, damit wir uns an Automaten was kaufen können. Aber ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ja, jetzt haben wir nämlich einen Lockpick. Sieht einfach aus. Du hast einen Lockpick gefunden. Hier sind fünf weitere, weil du Industrial Revolution gespielt hast. Oh, danke. Ja, Elisabeth macht das mit den Schlössern und wir müssen ihr einfach nur die Lockpicks geben. Die lassen sich überall im Spiel finden. So, ein weiteres Fläschchen. Sollen wir uns ein Schild aufgraden? Ich bin schon besser. Gut. Mehr Silver Eagle. Banane. Hebe mir mal mit dem Schlösschen. Mal sehen. Fertig. 289 Silver Eagle. Ah, die Knarre. Tausche ich die aus gegen die hier? Das ist halt so ein bisschen ungewohnt, dass man halt nur zwei Waffen mitnehmen kann und halt immer wechseln muss zwischendurch. Das finde ich ein bisschen doof. Im Vergleich zu den vorigen Spielen konnte man halt jede Waffen nehmen. Ist ein Maschinengewehr. So, noch ein Lockpick. Dann eine Audionachricht. Elisabeth ist auch cool, weil sie zeigt uns zum Beispiel, wenn wir was Wichtiges vergessen haben. Von wegen, ja hier ist noch was. Bettzeug ausringen. Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Oh je, oh je, was ist denn hier los? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ja, versuch's. Ich glaube, das klappt nicht. Ist zu schwer. Oh, das geht doch. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Jock Jockey ist die Alternative zum anderen Plasmid. Oh, hier können wir Salz aufladen. Aber Salz ist voll. Oh ja, hier. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. Dewitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Booker ist ein komischer Vorname. Oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Also, ich will mich gern umsehen. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Ich habe einfach mal die Kasse ausgeraubt. Das ist einfach so ein Reflex gewesen. Ich habe vergessen, dass die mich natürlich angreifen. Es gibt Negativpunkte bei Elite Abyss, wenn wir sowas tun. Das wollte ich eigentlich nicht. Also, siehst du, das tragende Element dieses Spiels. Und jetzt habe ich halt Scheiße gebaut. Na, ist egal. Wow. Ja, chi TLN oder so. Ja, ich habe das space, ich hab das alumnus. Ja, ich kann das fascinating, glaube ich. Ich hab das dabei. Ja, was ich den assistant PR hier mähen? Werenks in Lego. Äh. Äh. Mani. Habe ich dafür noch Munition? Ist grad nicht. Hm, okay. Gut. Gut. Nicht wirklich. Hier gibt es lauter Literatur. Und das gibt es. Ich bin Freiberufler. Ich bin Freiberufler. Habe für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Ha, Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Dann gehen wir mal in die Hall of Heroes. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen! Handelt für eure Propheten! Handelt! Zeig dich! Bleib stehen! Ha, ha, ha! Angelt! Mmmh! Ich habe Geld gefunden! OK! Hier! Danke dir! Hm! Auf den Boden! In die Hall of Heroes Ist das hier? Hm Ne Da geht's zurück Oh, warte mal Wenn wir schon gerade hier sind, lohnt sich mal die Gelegenheit Weil da hinten kann ich mein Salz auffüllen Weil dann kann ich endlich wieder meine Plasmide benutzen Schatz Okay Und das Bucks Ich glaube hier nicht Hier lang vielleicht Was soll denn das sein? Hall of Heroes This way Okay Das ist ein Argument Was zum Teufel Stimmt etwas nicht? Anscheinend Nein, nein, geht schon Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen Ein Sicherungskasten Eine Biene Ich hasse diese Viecher Oh Mann, dann erschlag sie Nein, sie sticht mich Elizabeth Ich hab ne bessere Idee Ich öffne ein Riss Scheiße Was ist das? Das ist ein Riss In meinem Turm hab ich ständig welche geöffnet Was ist ein Riss? Sowas wie ein Ein Fenster Ein Fenster zu einer anderen Welt Meistens sind diese Welten stinklangweilig Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee Aber manchmal Manchmal sehe ich was Tolles Und das ziehe ich dann raus Hier Grundgütiger Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaub nicht Aber da Da Ist etwas, dass ich Oh nein Schließ ihn Ich versuch's ja Schließ ihn Warum genau da, wo das Plakate hängt? Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber Mir kam's vor, wie der kürzeste Weg in den Tod Aber ich könnte helfen Ich komme sehr gut allein zurecht Glaub mir Bitte, ganz wie sie meinen Oh Mann, wie er gemein jetzt so ist Die meint's doch nur gut Oh Bin mir jetzt nicht so sicher, was das angeht Diese Parolen werde ich nicht unterstützen Oh, entschuldigen Sie Wollte sie nicht Bei ihrem Geschäft stören Wärter Herr Munition ist voll Wo? Fink Industries Wir haben hier so die Vorherrschaft Fink Industries ist sowas wie Ryan Industries Wenn man so will Uh, Salz Aber Salz hab ich voll Da Sieht einfach aus Ja, dann schau mal nach, bitte Fertig Geil Oh ja Das ist nicht gut Es macht da keinen Sinn, diese Maschine zu kontrollieren, wenn keine Gegner hier sind Ich war 40 Stiefel Overkill Beim Töten mit exzessiven Schäden Werden nahe Feinde betäubt Was hab ich denn Erhört an Skylines den Schaden von Waffen um 50% Denke ich nehme dies Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst Bis jetzt, Comstock Keiner mag Comstock Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held Mummenschanz Ich habe ihn damit konfrontiert Und er degradierte mich Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen Bis jetzt Ah, stimmt Für einen Für einen Save brauchen wir 5 Lockpicks Ich habe nur 2 Ah, das reicht dann also nicht Schade Aber ich denke mal ist wahrscheinlich eh nur Munition oder Geld drin Und von beidem habe ich genug So, let's go Immer einen tiefen Zug Schmeckt nach Eddbeer-Barmelade Jedes Mal, wenn er ein neues Plasmid kriegt Sieht das echt geil aus, wie sich das verändert an den Händen So, jetzt haben wir das Plasmid, was wir am Anfang schon mal probiert hatten Auf diesem Jahrmarkt Den Bronco-Bringens Ich weiß gar nicht mehr den Namen komplett Drücke rechte Maustaste und schieße Gegner in die Luft Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste wieder los Um ein bockender Bronco Ach, bockender Bronco Falle aufzustellen Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden Ja, das Plasmid ist eigentlich meiner Meinung nach das Beste bisher, was ich hatte Das Geil ist, dass man halt die Gegner in die Luft schleudert und kann sie weiter beschießen Ohne, dass sie sich halt wehren Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius straight Bam, in der Kombination Passt mal auf So Das ist die Todeskombi Das ist die Todeskombi Dann geschützt Das ist die Todeskombi Das ist die Todeskombi Das ist die Todeskombi Das ist die Todeskombi Ja, ich hab's gesehen Ah, nochmal Nicht schlimm Ich habe mehr als genug Geld Ich kaufe mir einfach was Und ich hab's gesehen Das ist die Todeskombi Der ist dieser Betrüger Dieser Scharlatan Dieser Schangenöl Schacher Was ihr heute erlebt habt, Genossen War erst der Anfang So, ein Lockpick, wir haben drei. War da nicht noch Salz? Ja, dann komm doch und da war nicht. Ach, jetzt hat sie auch so ein Ding, da. Ja. Die Strecke ist frei. Los geht's. Wir können auch beschleunigen. Gerade gesehen. Oh. Wer ist das? Slade? Den Burschen kenne ich. Slade? Oh, die Statue. Du guck ich mir gleich mal an. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow. Hm, dieses Ziel ist immun. Hier, bitte. Vielen Dank. Das Saisonsgewehr könnte sich noch als nützlich erweisen. Ich glaube, das behalte ich. So, mal gucken. So, und dann verlassen wir diesen Bereich. All of Heroes, wir sind da. Tada. Oh, Salz. Halbblütig umgebracht. So, Magazinvergrößerung können wir uns hier kaufen. Schadensboost 1. Panzerfaustschadung 25. Bringen hat die Streuung. Ich höre die Magazingröße der Panzerfaust, aber ich habe die Panzerfaust noch nicht. Pistole. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal eine Pistole finde, hat die schon wesentlich mehr Kapazität. So, der Schadensboost, den kaufen wir natürlich auch. So, und der Rest, den lassen wir erstmal. Mörder. 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 David hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaub, ich spinne. Slade? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Ein schöner Tag zum Stab. Oh ja. Siehst du? Siehst du, du bist ein Killer, Booker. Gib uns das Schock-Jockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Wounded Knee. Wounded Shock-Jockey. Mal gucken, ob wir das finden. Aber erst mal brauchen wir das hier. Gesundheit. Oh ja. Brauche ich definitiv. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Ach, du machst die Sache schon ganz gut. So, in diesem Bereich hier gibt es mehrere... Verzweigungen. Einmal hier... Boxer-Rebellion. Rebellion. Und dann hier noch Wounded Knee. Verkauft. Die Erweiterung. Peking-Ausstellung. In Peking? Ich weiß, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Mit Waffen und mit Lügen hat der Gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er es und es wusste der Osten den Zorn unseres Bruchers. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Kolumbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt. Gibt es dafür einen Gedenkstein? Gebt euer Bestes! Feier mich! Oh mein Gehörer! Oh, das war's. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre? Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Ghost Dancern. Wer sind die Ghost Dancern? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört, hier kommen Stocks Blechsoldaten! Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Ich frag mich gerade, ob ich vielleicht das Präzisionsgewehr doch tausche, aber andererseits... Die Kombination der beiden Waffen ist eigentlich ganz geil. Das andere ist schön auf Nähe, das andere auf Entfernung. Äh, der letzte Mann. Wenn deine Gesundheit sehr niedrig ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Uh, das ist geil. Das passiert mir nämlich öfters, wahrscheinlich auf dem Schwierigkeitsgrad. Was habe ich denn aktuell ausgerüstet? Beim Töten mit Krähen fallen besteht eine 70%-Chance, dass die Feinde... Denke ich, ich nehme das. Das ist ganz geil. Das lohnt. Ähm, kann ich noch Munition kaufen für das Präzisionsgewehr? Rot, da Präzision. Schön, dass die alle 8 Dollar kosten. Gut. Werde höchstwahrscheinlich die meiste Munition, äh, das meiste Geld für Munition ausgeben. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Er hat keinen Kopf mehr. So, was ist das? Äh, dringende Fürsorge. Beringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schilds um eine Sekunde erhöht. Die Wiederaufladerrate des Schildes um zwei. Also verdoppelt. Was habe ich noch? Hm, der letzte Mann gerade. Hm, ne. Dann behalte ich doch der letzte Mann. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsball blutrot. So brachten sie unsere Helden. Sie, sie waren dabei. Bei Wundet nie. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Bucker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Das wir dem kritischen Schaden und dass die anderen da auch noch Schaden von tragen, das ist echt geil. Fack. 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 Keine Salze mehr. Okay. Okay. ne Fähigkeiten Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht rumgebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Ja, wenig, wenig erwartend hat Slate das, ähm, hat Slate das per Smeet, was wir brauchen. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Oh. Okay. Hey, fangen! Habe ich echt so viel verbraucht? Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Nein, definitiv kein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Turm besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen füllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Hier wäre ein Schloss. Hier wäre ein Schloss. Komm, mach. Gut. Die Ermordung unserer Lady. Nein. Lady Comstock. Warum? Dramatisch. Das sieht wichtig aus. Ah. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigiebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet, du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Na, danke. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da. Sehen Sie diesen Haken? Hm? Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Okay. Sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen soll. Los. In Ordnung. Ich brauche den Haken. Ich brauche, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slades Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Nimm den da. Geschützt, schnell. Warum presse ich gerade Schaden? Wie blöd. Weil er noch ein Geschütz ist. Verk cheeks. Glaubst du, du kannst mich aufhalten? Oh. Oh Wo bist du, du Ratte? Wie ich das glaube Slade will nicht hören Okay, Salz ist voll Genau, das wird uns noch das Spiel weiterhin begleiten Dass wir Elisabeths Fähigkeiten mit den Rissen nutzen können Damit sie uns unterstützt Indem sie zum Beispiel hier was Hin projiziert Warte, leer Nicht den Hier so Es geht Halt die Augen auf Nach dieser Schockjockeykraft Salsa ja ich sehe es da ist so ein Getriebe oh Gott siehst du Booker vielleicht bist du noch der den ich kannte vielleicht auch nicht es spielt keine Rolle Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht jetzt will er mich kriegen und wenn ich weg bin breit nur noch die Lüge die Lüge oh jetzt mal ehrlich mach es uns doch nicht so schwer ja so du musst ein Schloss knacken Kinderspiel Kinderspiel sagt sie so ok dafür reicht es natürlich nicht es sei denn es liegt noch hier ein Lockpick rum aber ich sehe keinen er hat sich wohl einmal mit das Smiden abgeschossen ich nehme das MGA jetzt einfach mal mit als Waffe weil ich denke mal das wird sich als äußerst nützlich erweisen geht es denn jetzt lang sind wir hier weil hier geht es nicht weiter hier ist Ende Gelände na gut aber ich sehe schon wir sind bei 47 Minuten deswegen mache ich an dieser Stelle erstmal in Preußen und sage vielen Dank fürs zu sehen bei Bioshark Infinite und in der nächsten Folge geht es weiter dann werden wir uns Slade stellen der noch eine offene Rechnung mit uns hat und müssen Elisabeth natürlich in Sicherheit bringen also macht das gut bis zum nächsten Mal bei Bioshark Infinite